Ja, hi Leute. Ah, ist es hier laut. Hallo Leute, hier ist der BWE-Sammler14 und ich öffne heute auf dem Pre-Release in München 4 Next Destinies Booster von Black & White. Ja, und das werde ich auch noch später hier öffnen, das Display, das Abonnenten-Special, 400 Abonnenten drin. Ja, und da fange ich mal an mit dem Reststilandpack, hoffen wir auf guten Pull. Online-Vote, Minfu, Shinx, Pit-Off, Litrick, Crowleaf, Nassleaf, Heavyball und Express Shield. Das ist Hammer, jeder. Reverse, Seedat, Rea, Reshidam, yay. Das ist Hammer. Dann, Next Pack, Regigas, Regigigas Pack. Vielleicht sind ja ja Schämelecks. Shinx, Vanilletief, Blitzel, Fungas, Feroseed, Levelball, Luxio, Cricketune. Reverse, Weevil ist eigentlich in der Rea. Rea, Doppelpull, okay, das ist irgendwie, keine Ahnung, Online-Code. Habt's gesehen. Feroseed, Rolls, Darumaka, Minfu, Crowleaf, Levelball, Stami, Pepauder. Die Reverse ist Luxio, Rea, hey, das erste ist Nubilika, glaube ich sogar, dass jemand gezogen hat. Ja, da gibt's ein Levelball, ja. Hä? Ja, ja, das... Online-Code. Feroseed, Gebuttas, Mewtwo, äh, Mewtwo, ich lese immer Mewtwo, wenn ich das hier lese. Das ist jetzt ein Fail. Mewtwo, Mewtwo, Shinx, Wegimak, Pokemon-Center, Lampent, Hippowron. So offenbar, du nicht. Reverse Luxia, jawohl, aber geil. Ist eigentlich eine Rare-Nudell-Ov. Okay, naja, keine Ex, aber das ist egal, denn hier in diesem Display müssen noch drei sein. Okay, das war's dann von mir und Freude auf das Display und ich sag dann wieder Tschüss, bis dann.